Die Europäische Kommission hat den European Green Deal mit der Mondlandung verglichen. Ich habe aber leider den Eindruck, dass wir versuchen den Mond mit einem Propellerflugzeug zu erreichen und mein Befund ist, so werden wir die Energiewende nicht schaffen, weil eben die rechtlichen Instrumentarien ungenügend sind und darüber unterhalten wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niederuber von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz und bei der Energiewende geht es darum, dass wir schon 2030 100 Prozent unseres Strombedarfs aus Erneuerbaren abdecken wollen und wir wollen 2040 bilanziell klimaneutral sein. Das klingt schon mal schlimm, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Wir wollen auf einer Million Dächer Photovoltaikanlagen errichten in Österreich. Wir wollen 2000 Windenergieanlagen noch zusätzlich bauen in Österreich und das sind einmal nur die Erzeugungsanlagen. Dann geht es noch um den Ausbau der Netze, dann geht es noch um die Errichtung von Speicheranlagen und all das soll eben bis 2030 über die Bühne gehen. Ich glaube, dass wir dafür nicht gerüstet sind. Warum? Weil das Anlagenrecht in Österreich traditionell zersplittert ist. Es gibt neun Naturschutzgesetze, neun Raumordnungsgesetze, zehn Elektrizitätsgesetze. Das ist einfach zu viel und auch das UVP-Gesetz hilft da nicht weiter, weil das ja nur ein Dachl ist über diese Einzelgesetze und die Einzelmateriengesetze erst recht wieder durchschlagen. Wir haben auch ein zersplittertes Verfahrensrecht, was uns gerade bei Kundmachungsvorschriften das Leben schwer macht und wir haben bei Gerichten und bei Behörden nicht ausreichende Kapazitäten, insbesondere auch was den Sachverständigenabarat anbelangt. Wie könnte man das Ganze angehen? Lösungsvorschlag 1. Wir brauchen ein neues, modernes Energieanlagenrecht, wo es klare Zuständigkeiten gibt, wo man auch den Mut hat, mal auch irgendwas genehmigungsfrei zu stellen, zum Beispiel wenn es um Effizienzsteigerungen geht, wo man sich überlegt, dass der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung maßgeblich sein soll und dann nicht sozusagen spätere Änderungen nachzuziehen sind, wo man sich auch überlegt vielleicht, dass man öffentliche Interessen an diesen Anlagen priorisiert. Wir brauchen ein modernes Verfahrensrecht mit klaren Kundmachungsvorschriften, mit der Möglichkeit sozusagen einzelne Verfahrensabschnitte abzuschließen, um hier die Beschleunigungseffekte zu erheben. Und als drittes brauchen wir ein modernes Planungsrecht. Die Länder haben hier ja Zonierungen vorgesehen. Die sind zu eng und da muss, glaube ich, der Bund sozusagen neue Vorgaben setzen, um das zu ermöglichen. All das brauchen wir jetzt schnell und mit mutigen Ansätzen.